Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Randalieren für die Liebe Box von Swiss und die Anderen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, so wie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Randalieren für die Liebe von Swiss und die Anderen, das Ganze am 24. August erschienen. Und wir haben hier ungewöhnlicherweise zwei Boxen am Start und zwar haben wir einmal das Ganze in der sogenannten Red Box, das ist diese hier, die gab es regulär über Amazon zu bestellen. Und dann haben wir das Ganze auch nochmals in der Black Box, die gab es wirklich nur über den Webshop von Randalieren für die Liebe bzw. von Missglückte Welt. Und das Ganze ist eben in zwei Boxen erschienen, die sich minimal vom Inhalt unterscheiden, dazu kommen wir gleich. In diesem Video wird es um die rote Box gehen und dann mache ich noch ein weiteres Video, wo ich euch die schwarze Box, die Black Box vorstelle. Eine Sache vorab, kleiner Spoiler, wenn man sich beide Boxen bestellt, dann kann man diese hier wunderschön kombinieren mit diesem Motiv auf der Rückseite. Und zwar kann man dann hier schön lesen, A, C, A, B. Ja, so viel dazu. Wir starten wie gesagt mal mit der Red Box und die Black Box gibt es dann im nächsten Video. Gut, wir machen immer die Folie ab. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier eine rote Box, hier oben lesen wir in weißer Schrift Missglückte Welt präsentiert. Dann haben wir so ein schwarzes Herz und darunter Swiss und die anderen Randalien für die Liebe. Unterseite blank rot, hier lesen wir dann wieder Randalien für die Liebe. Oben lesen wir Swiss und die anderen. Und auf der Rückseite haben wir dann hier eine Flasche, ein Molotow Cocktail mit ebenfalls wieder einem Herz drauf. Das Ganze ist eine reguläre Clubbox, bedeutet wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Boxen halt. Wir haben hier einmal eine Haube. Jede Menge Sticker. Ach du Scheiße. Also hier wirklich drei Sticker-Pakete. Dann haben wir einen Patch, also einen Aufnäher. Das Album an sich. Dann haben wir die Bonus-EP, die Kill Your Darlings-EP. Die Instrumentals zum Album und ein Poster von Indiebox Glattweiß. Machen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem diese Haube, diese Mütze noch in Folie ist. Einmal. Und dann haben wir auch das hier, diesen Patch in Folie. So, was lesen wir hier? Soul Food Music Distribution GmbH in Hamburg. Okay. Gut, sonst weiter hier nicht in Folie. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also hier lesen wir auch wieder Missglück der Welt präsentiert. Swiss und die anderen randalieren für die Liebe. Hier haben wir einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und dann haben wir hier lauter Kids abgebildet. Also hier die Bandmitglieder, eben nachgestellt als Kinder. So sieht das aus. Wir haben hier sechs Personen abgebildet. Dann haben wir hier auch nochmals Stehen, Swiss und die anderen randalieren für die Liebe. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von D-Artsen und Reeperbahn Karim. Ansonsten keinerlei Features hier mit drauf. Das Ganze ein Digipack. Schön gemacht. Hier haben wir dann die richtigen Bandmitglieder, beziehungsweise Swiss und die anderen abgebildet. In der Erwachsenen-Version, nicht in der Kinder-Version. Dann haben wir hier einmal das Album an sich. Die CD sieht so aus. In Dunkelgrau, Rot und Schwarz gehalten. Hier in so einer Glanzoptik. Sehr schön gemacht. Und dann haben wir hier rechts das Booklet in so einer kleinen Tasche mit dabei. Auch hier wieder die Kinder mit drauf. Und dann haben wir hier die ganzen Texte abgedruckt. Also zu jedem Track Wort für Wort die Lyrics. Zum Mitlesen, zum Nachlesen, falls man was nicht verstanden haben sollte. Dann haben wir hier noch die einzelnen Mitglieder wieder in Nahaufnahme. Weitere Texte. Also jede, jede Menge Text. In Gedenken an Alina, Lazy und Nico. Und dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Sehr schön. Gut. Das Ganze hier eventuell auch als Wende-Cover verwendbar. Jawohl. Also je nachdem, wie ihr das zuklappt, könnt ihr natürlich hier dieses reguläre Cover verwenden. Oder eben dann hier dieses Alternativ-Cover. Die Kinder. Dann haben wir mit dabei die Instrumentals. Kommen in einer Papphülle, in einem Digi-Sleeve. Hier schwarz mit rotem Herz. Instrumentals lesen wir hier unten. Auch hier natürlich 13 Tracks mit drauf. Warum 13 im Gegensatz zu hier 15? Weil wir hier Track Nummer 5 und Track Nummer 12 einen Skid dabei hatten. Und diese Skids hier nicht mit dabei sind. Klar. Gut. So sieht die CD aus. Wie auch schon die Album-CD. Nur mit dem Zusatz Instrumentals. Und ebenfalls in einem Digi-Sleeve haben wir die Kill Your Darlings Bonus EP. Sieht so aus. Die Flasche, wie auch schon auf dem Box Cover. Also wie wir es von der Hinterseite der Box kennen. Moment. Und genau so sieht das aus. Und auf dieser Kill Your Darlings EP haben wir dann nochmals 6 Bonus Tracks mit dabei. Und wir haben Features von Shoki, Crystal F, SDP. Und dann haben wir einen Track, nämlich Che Guevara in der Extended Version. Mit Features von Reeperbahn, Karim, Shoki und Tamash. Sehr schön. Die CD in Rot und Schwarz gehalten. Wie gesagt, in einem Digi-Sleeve. Dann haben wir einen Patch. Also so einen Aufnäher. Parental Advisory Krank Links. Okay. Also normalerweise steht hier dann immer Explicit Content. In dem Fall das hier ausgetauscht durch Krank Links. Das Ganze rechteckig im Querformat. Dann haben wir eine Mütze, eine Haube mit dabei in Schwarz. Hier lesen wir Swiss und die anderen Missglückte Welt. So sieht das aus. Und das Spannende an dieser Haube ist, man kann sie auch hier alternativ verwenden. Als mehr oder weniger Sturmhaube. So sieht das aus. Kann man hier dann aufmachen mit Reißverschluss. Zettel haben... Ah doch. Wollte schon sagen, haben wir nicht. Haben wir doch. Und zwar haben wir es hier zu tun mit einer Haube aus 100% Acryl. Und ansonsten, ja, Soul Food. Obwohl das Ganze jetzt genau hergestellt wurde, steht hier jetzt nicht. Gut. Dann haben wir, bevor wir zu den Stickern kommen, haben wir noch ein Poster. So, und zwar haben wir hier einmal dieses Poster hier. Und zwar haben wir hier Tennissocken, die hier in missglückte Weltlatschen stecken. Das Ganze in schwarz-weiß und dann lesen wir hier unten noch K-H-L-T-P-N. Das Ganze im Hochformat. Und auf der Rückseite haben wir dann das Cover des Albums. Wieder hier in dieser Kinderversion. Also oben lesen wir wieder. Hoffen wir, man kann das hier sehen. Ups. Missglückte Welt präsentiert. Und dann haben wir hier diese Kit. Mit Molotow-Cocktails, Ketten und Waffe. Und hier unten lesen wir dann wieder Swiss und die anderen Randalieren für die Liebe. Und dieser Verbraucherhinweis. Also, das Poster im Hochformat beidseitig bedruckt. Legen wir das mal wieder zusammen. Und zum Abschluss haben wir hier noch, das ist für mich echt ein Highlight, drei Sticker-Pakete. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals in einer Box auch nur ansatzweise so viele Sticker hatte. Wir haben hier drei verschiedene Motive, die hier jeweils mit Gummibändern, mit Gummiringerln festgemacht sind. Und zwar haben wir hier sage und schreibe zu jedem Motiv. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, acht, neunzehn, zwanzig, fünfzehn, sechszehn, siebenundzwanzig, fünfzehn, sechszehn, siebenundzwanzig Sticker. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle Stapel mehr oder weniger gleich sind. Vielleicht 25 bis 27. Ich gehe jetzt mal von 27 aus, 27 mal drei, das macht sage und schreibe einundachtig Sticker. Also das ist echt enorm. Damit könnt ihr eure gesamte Nachbarschaft, eure Stadt, euer Dorf, euer Kaff zukleben. Wir haben hier drei Motive. Und zwar haben wir einmal dieses hier, 13,23 im Querformat schwarz-weiß. Dann haben wir dieses hier, wieder dieser Verbraucherhinweis. Und dieses hier im Hochformat, ein Herz für Swiss und die anderen. Unfassbar viele Sticker, freut mich auf jeden Fall riesig. Sehr schön gemacht. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir hier einmal die Haube dabei. Dann die eben gezeigten drei Sticker-Pakete. Wie gesagt, ungefähr 80 Sticker, 75 bis 80 Sticker dürften das wohl sein. Drei Motive. Dann haben wir ein Poster, beidseitig bedruckt, beidseitig im Hochformat. Diesen Aufnäher, diesen Patch. Die Kill Your Darling ZP mit sechs Bonus Tracks. Die Instrumentals zum Album. Und natürlich das Album an sich mit 15 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box. Randalieren für die Liebe von Swiss und die anderen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Swiss und die anderen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. distribution.